Schönen guten Tag Leute, wir gucken uns heute die App Money SMS an, Geld verdienen mit deinem Handy ohne überhaupt etwas zu machen. Das einzige was dein Handy für dich erledigt ist SMS zu empfangen, so genannte Test SMS und dadurch verdienst du einfach Geld. Und wie man das ganze installiert und wie viel man denn damit jetzt verdienen kann und ob die ganze Sache überhaupt was taugt, siehst du jetzt in diesem Test. So als allererstes gehen wir natürlich erstmal zur Money SMS Website, der Link ist hier unter dem Video, einfach raufklicken und schon kommt er da hin. Dann klicken wir hier auf APK herunterladen, Dateien dieses Typs können jeden auf dem Gerät vor, so möchten sie dennoch behalten. Okay, bestätig natürlich. Dann klicken wir auf öffnen. Aus Sicherheitsgründen, genau. Das steht auch nochmal auf der Website ganz genau beschrieben. Ich klicke hier auf OK und dann hier auf installieren. So funktioniert es bei mir, also wie gesagt auf der Website seht ihr das nochmal ganz genau beschrieben, wie ihr das denn installieren könnt. App wurde installiert. Dann kann ich hier unten rechts direkt auf öffnen klicken. Hoppala. So, wir erhalten 2 Cent für jede automatische SMS, die Sie von unserem System erhalten. Führen Sie die App im Hintergrund aus und warten Sie auf die Lieferung unserer SMS. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Internetverbindung haben und immer online sind. Erstmal hier oben das Land auswählen. Germany ist schon vorgewählt. Dann gebt ihr hier eure Telefonnummer ein. Natürlich ohne die 0 vorne. Hier unten steht ein Beispiel. Dann ein Passwort eingeben. Und dann geht ihr hier auf anmelden. Also jetzt brauchen wir noch meine E-Mail-Adresse, damit ich Geld abheben kann, was ich dann verdient habe. Und die E-Mail-Adresse, die ihr seht, ist natürlich die, wo ihr uns immer gerne schreiben könnt, was wir denn so schönes testen können. Genau, dann gebt da hier noch ein Passwort ein. Dann müsst ihr noch mit dem Häkchen Money SMS erlauben, die SMS zu schreiben. Die SMS ist da. Und dann klickt ihr auf Fortsetzen. Genau, so sieht das aus, wenn man dann eingeloggt ist. Ist noch gar nichts verdient. Ja, Guthaben. Oh, doch 25 Cent. Verrückt. Mindestauszahlabertrag 2 Euro. Einstellungen mal kurz angucken. Konto-Infos, Empfehlungsprogramm gibt es auch. Ja, Sprache könnt ihr halt noch ändern. Euch abmelden. Ja, also sehr übersichtlich. Ja, bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Honey SMS ist sehr übersichtlich. Installation ging schnell. Ja, die App ist jetzt drauf auf meinem Handy. Mal schauen, wie viel SMS ich bekomme. Wie viel Geld ich verdiene. Wie auch bei Honeygain. In 2 bis 12 Wochen melde ich mich dann nochmal. Und dann schauen wir mal nach, wie viel Geld wir dann verdient haben. Bisher kann ich nicht sehr viel dazu sagen. Bis jetzt war es sehr leicht. Und wenn ich jetzt halt nichts machen brauche, um mir zu verdienen, ist das natürlich supergeil. Ich gebe der App jetzt noch nicht 5 von 5 Sterne, sondern erst 4 von 5. Wir werden mal sehen, wie es läuft. Ich bin da erstmal noch ein bisschen skeptisch. Also 4 von 5 Sterne für Honey SMS. Und jo, der Link ist hier unter dem Video. Einfach aufklicken, anmelden. Dann bekommt er 25 Cent Startbonus oder so. Genau, oder ja. Und ihr wisst ganz genau, was das Wichtigste im Leben ist, diesen Kanal zu abonnieren. Weil, das ist das Wichtigste im Leben. Und wenn ihr Bock habt, so ja noch einen Daumen hoch. Und einen blöden Kommentar hier unter dem Video. Da freuen wir uns drüber. Und wir sind doch immer ihr will, sehr schnell zu antworten. Jo, denn jetzt auf Abonnieren klicken. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.